so hallo wie geht's denn so ja die roten sind diesmal wieder dran letzte runter okay Okay... Ähm... Sieht mich schon da wie oder was? Okay, was ist denn das hier? Hm? Ähm... Oh nein, wie piezt ist das denn? Ähm... Oh Mann! Oh Mann! Das ist ja cool! Jaaa... 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 Ja, was ist denn mal? Oh Mann! Ja, okay, ich bin schon nur. Ähm... Wo war denn der? Siehst ihn hier? Und wo? Okay... Null! ok was bin ich doch mal rot da ok also was habe ich denn hier plackzeugkasten oh wie kann ich ok auto schmiede haben wir oh wie kann ich kann ich die Sachen irgendwie wechseln ok Moment ich muss mich mal in Ruhe etwas mir anschauen ähm ok Moment ok äh passt in Belegungen ähm ach er vielleicht oder Mensch er ach Tatsache oh ok keine Ahmkasten gut so habe ich eigentlich nur 5 und 6 Munition kann ich ja auch mit englisch machen oh Moment muss ich mal hier schauen Moment oh 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 die verfolgt nicht viel alter ich denke nach vorne ok ach komm noch mal die 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 dann die l l Okay. Okay, jetzt aber mal im Ernst. Ich starte mal nach. Mann! 2... 3... 1... So, komm! Mit der Macht der Musik werde ich den Fein in die Flucht zwingen. Oder so ähnlich. Oh, ich hab ne Idee. Oh, ja, ich hab ne gute Idee. Ach, ich bin hier nicht. Mann! Echt schade! Nein! Ach, Mann! Oh, das baut sich automatisch. Oh! Ah! Muni! Ich brauch Muni! So, damit da niemand jetzt reinkommt. Brauche ich mal... Ja! Ich bin. Der. Der. Die. Jetzt verstehe ich! Ich kann nicht nur in Endlich-Dinger setzen, Alter. Gut, dann setze ich die Dinger so, dass die den Typen dann... Äh, 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 so dass die... ...die an den Typen da nicht rankommen. Nicht rankriegen, keine Ahnung. Doch hier ist halt gehört nicht. Nein! Nein! So ist es richtig! Ja! Ah! 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 Da glory! Aaaaah! Oh, ha, ha, ha! Oh, ha, ha! Oh, ja, ha! Ja, ok. So So, Praxis Test Kommt man da hoch? Ah, das ist nicht gut genug Ah, aber das ist nicht gut genug Kann ich das irgendwie weg machen? Ja Nein, schade Scheinbar nicht Ach, Mann Ich muss noch was anderes So äh ne, dann versuchen wir es mal, wie dieser, äh ne. Nein, immer noch nicht, Mann, ah, das ist ja auch noch nicht fertig, okay, Moment, jetzt? Ah, das klappt einfach nicht. Nein, nein, nein. Entschuldigung Ein schönes Vorhause Jetzt brauch ich ne Waffe Irgendwo hier ne Waffe Kommt schon Irgendwas Was? Irgendwas hier irgendwo Kommt schon Irgendwas Toll Ja es ist doch Kommt unter Stock Nein Obwohl das ist sogar ganz gut Okay das war dann Mann Kommt schon Nein Nein Sollte nicht sein Sollte 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 Wieder Sollte Sollte Jetzt zum Krieg Oh Mann Kann man nicht mal ein bisschen Spaß haben Ich baue uns doch morgen Jetzt kann ich eh Für gut Für gut einfach Ach ja, wie schreit der eigentlich? Es ist besser als der vor Schubtkart Ok Kann ich euch jetzt hier sein, ok? Auaah! 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 Oh! Auaah! Auaah! Paus! Wer denn, warum denn? Auaah! So! Jetzt aber ich bin bereit! Auf Nudelkopf! Viertel-Kampf. Mann. Na, okay, das wird der Enginer. Das war jetzt mein Plan zum Sieg der Runde. Wir haben trotzdem verloren. Wenn ich doch wenigstens die restlichen, die noch im Spiel sind, äh, äh, weiterspielen können. Ach, Mann. Okay, das waren die einzelnen Standardklassen, Charaktere, sag ich mal. Äh, ja. Damit endet auch die Challenge, sowie die Vorabaufnahme, für die Zeit, wo ich nicht da bin. Ja, Urlaub, elf Tage. Und so wie es scheint, werde ich wohl die ganzen Folgen alle zwei Tage raushauen. Äh, beginnend vielleicht, ähm, Freitag? Ja, ich glaube, Freitag. Ja. Ja, so viel dazu. Danke fürs Zuschauen. Der Konstrukteur hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch, ihr, wer auch immer, äh, beim nächsten Mal rein. Und bis dahin, schöne Ferien, falls ihr auch in den Urlaub fliegt, oder fährt, oder schwimmt, oder taucht. Äh, äh, schöne Ferien. Tschüss. Tschüss.